Nein, 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 du explodierst mir nicht. Vielen Dank. Nicht bei meinen wertvollen Ärzten, die ich hier brauche. Also, da bin ich ganz stark dagegen. Ja, Bauxit, da brauchen wir wieder was zum Umwandeln, um aus diesem Bauxit dann dieses Aluminium zu kriegen. Oh, das war eine Fehlermaus. Ripp, nicht absichtlich, dass sie gestorben. Sie war einfach, ja, sie war einfach da. In dem Moment. So, ähm, Eisen. Nice. Es läuft eigentlich alles ganz gut gerade. Wenn das mal so weiterläuft, wäre, hätten wir dann doch die Möglichkeit, würde bestehen. Oh ja, hier ist noch mehr Aluminium. Nice, weil ich doch genau weiß, worauf es hinausläuft. Wir brauchen wieder tonnenweiser Aluminium demnächst. Und dann stehen wir wieder da und haben nichts. Wie viel habe ich denn jetzt Aluminium? Äh, Nickel habe ich einen. Wow. Sechs Aluminium, das sind zwölf Aluminium. Naja. Nee, das ist es eben nicht, weil wir es ja nicht verdoppelt kriegen. Das heißt, sechs. Ja, verdammt. Stimmt. Verdoppeln tut es sich ja nicht, weil wir haben ja den Crusher noch nicht. Oh je. Das ist, ja. Und ich weiß, wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen davon. Oh, Alter, da. Jetzt sag mir nicht, dass Eisen voll ist. Ja, wollte ich sagen. Ich wäre sonst gleich... ...ungehalten. Weil... Nein. Alter, immer noch höher. Naja gut. Wir wollen hoch hinaus. Okay. Ist nicht so schlimm. Alter. Immer noch höher. Man glaubt es ja kaum. So. Jetzt aber. So. Haben wir das schon mal. Au. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Weil hier ist ja... ...Gladwald. Äh, glatter Werk, genau. Und da ist auch Mabel noch. Na gut, Mabel brauche ich gerade, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Hier haben wir... ...p... 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 ...la... ...ha... ...hatinum. Okay. Ich meine, da sage ich nicht nein, ne. Wenn ich das... ...so frei auskriege. Aber wir gehen hier schon wieder viel zu tief. Na gut, es geht. Weil wir sind hier auf der 42. Und da kriegen wir wieder kein Aluminium. Aber... ...kupfer nehmen wir auf jeden Fall erstmal noch mit. Wieso? Also wir müssen schon auf dieser Höhe hier bleiben. Äh... ...dann buddeln wir uns hier einfach mal... ...n bisschen noch lang. Bis die... ...bis die Batterie leer ist. Und dann geht es wieder zurück... ...nach Hoje. Wenn wir jetzt hier nichts finden... ...was wirklich schade wäre. Weil wir sind auf einer guten Höhe. Vielleicht müssen wir doch noch... ...höher. Ich meine, gut Kupfer kriegen wir wenigstens hier. Ähm... Ich glaube, mit dem Eisen sollten wir jetzt erstmal ausreichen. Hoffe ich. Und ich glaube, die Kohle... ...ja... ...oh guck mal... ...wenn man von Devil spricht... ...dann ist Kohle... ...ja... ...und Eisen... ...ja sehr schön... ...und nicht mal wenig... ...ja Mensch... ...und Kupfer und Eisen... ...und Eisen... ...ähm... ...ja jetzt... ...und wir sind schon wieder voll... ...was Kupfer? ...ja... ...guck was da nicht voll... ...aber Eisen... ...echt... ...Tatsache... ... ich hoffe dann hier ein ganzes Stück... ...ja... ...okay... ...so... ähm... ...so... ... hier haben wir noch Kohle... ...ja... ...ich glaube... ...boah... ...magen halt die Backen da unten... ...krisst erst wieder was... ...jetzt noch nicht... ...musste ich noch ein bisschen gedulden... ...so... ...ja... ...aluminium war was... ...ab 48 ne... ...ab 48 höher... ...ja... ...maja gut... ...dann müssen wir eben hier mal grad noch... ...gehe ich doch noch mal ein Stückchen höher... ...dann buddeln wir doch mal hier... ...da sind wir bei der 55... ...dann müsst ihr ja theoretisch... ...jetzt müsst ihr... ...oh... ...Oxid... ...ja das ist schon mal gut... ...und da haben wir Kupfer... ...und Aluminium... ...sehr gut... ...okay... ...dann werden wir hier mal ein bisschen... ...und sogar noch ein bisschen Eisen... ...noch mehr Kupfer... ...okay... ...hat die Höhe sieht gut aus... ...noch mehr Kupfer... ...nice... ...mitgenommen... ...oh... ...noch mehr Kupfer... ...ja die Höhe sieht sehr gut aus... ...da oben ist auch noch Kupfer... ...also wir müssen hier doch mal... ...ich weiss zwar jetzt schon 100%... ...ich finde hier nicht noch mal hin... ...bem nächsten Mal... ...aber gut... ...wat soll's... ...so... ...wie gesagt... ...Bioxid nehmen wir auf jeden Fall mit... ...das können wir dann... ...das spürst du mal gucken... ...da brauchst du noch zwei andere Sachen... ...vielleicht kann man die... ...schon craften... ...dass wir daraus... ...Uraluminium kriegen... ...bei... ...Bioxid habe ich doch ein bisschen was hier... ...und hier ist Eisen... ...ne riesen Eisenader... ...yes... ...wow... ...yes we can... ...was denn hier... ...yes we do... ...ähm... ...Höhle... ...yes we are... ...ähm... ...hier wollte ich zwar eigentlich nicht runter... ...alter... ...ich... ...ich läuft ja grad... ...wie ist er... ...wie Kinderspiel... ...oder wie Länderspiel... ...genau... ...also da kannst du ja mal wirklich... ...nix sagen gegen... ...so Kupfer nehme ich grad mal noch mit... ...ich weiß gar nicht... ...was hab ich denn dann... ...fass... ...un Stack Kupfer... ...genau... ...das gut... ...also dann haben wir... ...irgendwo weiß ich schon wieder... ...ein Mini-Zombie... ...Eisen haben wir jetzt dann auch erst mal ein bisschen... ...Bauxid nehme ich grad mal... ...och noch mit... ...aus dem einfachen... ...wund ich erst mal Aluminium... ...also merken... ...da wo Aluminium... ...ääh... ...quatsch... ...anders... ...da wo Bauxid ist... ...ist doch meistens Aluminium in der Nähe... ...und da ist noch Kohle... ...alter... ...wollt ihr mich jetzt verkackern... ...jetzt... ...jetzt... ...jetzt kommen hier die ganzen Tonnen an... ...an Erzen... ...ja... ...wahnsinn... ...und irgendwo hörst du schon wieder Zombies... ...da siehst du ja so eine Höhle auch nicht ganz weit weg... ...ja... ...ja... ...ist das toll... ...Kohle... ...und Kohle ist voll... ...was aber nicht schlimm ist... ...weil wir werden Kohle jetzt gleich wieder... ...in Massen irgendwo in die Öfen... ...ballern dürfen... ...tun... ...können... ...leiter Gottes... ...nein... ...da... ...Kohle erst mal... ...äh... ...so... ...dann nehmen wir noch mit... ...alter, wir haben bald kein Koppel mehr... ...wir haben das ganze Koppel gerade schon... ...so gut wie umgetauscht in... ...andere Erze... ...nice... ...so... ...komme ich jetzt hier irgendwie wieder nach oben... ...naja gut... ...geht... ...so... ...ach hier oben liegt auch noch Kupfer rum... ...ah hier hinten... ...wo wir in der Höhle sind... ...hatte ich jetzt hier noch irgendwo... ...Kupfer vergessen... ...da hab ich noch Kupfer... ...genau... ...da ist nochmal Broxid... ...und wenn hier nochmal Broxid ist... ...wird bestimmt hier auch nochmal Aluminium irgendwo kommen... ...ne... ...ok... ...diesmal noch nicht... ...ähm... ...ähm... ...drum...drum... ...gut... ...nehmen wir mal das Kupfer noch mit... ...also ich denke das... ...oh... ...ja... ...gut... ...nehmen wir auch noch die Kohle hier mit... ...und das Kupfer nehmen wir natürlich gerade auch noch mit... ...und da hinten jetzt auch nochmal... ...und da... ...ok... ...jetzt läuft das aber du... ...so... ...dat nehmen wir noch mit... ...da haben wir nämlich jetzt erst mal... ...ich glaube reichlich glaube ich... ...hier ist noch Kohle... ...oh... ...ohje... ...wird da reichlich Kohle... ...owohl ich nicht glaube dass diese Kohle... ...so viel wie wir jetzt auch haben... ...die wird nicht lange aushalten... ...ich habe schon meine Befürchtungen... ...obwohl... ...mach mal gucken... ...wir lassen uns mal überraschen... ...vleicht haben wir Glück... ...so... ...ähm... ...wo war Kupfer? Kupfer war hier nochmal... ...nehmen wir auch nochmal mit... ...weil wir ja nicht verschwenderisch sein wollen... ...oh... ...was piept denn da... ...das erwähnen sie... ...nein... ...ich tue keine... ...Videoeinstellungen verringern... ...hast du ne Macke... ...also... ...NioBS... ...jetzt aber... ...jetzt aber Feierabend... ...ja... ...nicht hier weinen müssen... ...jetzt rumzusp... ...backeln... ...hat machen wir mal nicht... ...Freund... ...ne? Von der Weide... ...da ist Kupfer... ...alter... ...gib dir erstmal... ...n schrillen Ton ab jetzt... ...he... ...schreckst das schon mal hier zusammen... ...weil du nicht weißt... ...wo der scheiß Ton herkommt... ...so... ...ähm... ...gut... ...ich würd sagen... ...wir lassen das erstmal... ...wir wissen ja... ...wo wir wieder hin müssen... ...wenn wir... ...Eisen... ...Kupfer... ...und sowas brauchen... ...alter... ...da nochmal... ...das Kupfer... ...nehme ich jetzt grad mal noch... ...so... ...genau... ...weil wir haben jetzt... ...mittlerweile... ...zwo Stacks... ...Kupfer... ...vielleicht glaube ich... ...müssten jetzt... ...zwei Stacks Eisen sein... ...und ein bisschen Aluminium... ...also ein bisschen was haben wir... ...zu Not kommen wir eben demnächst... ...ich hoffe ich komme hier wieder hin... ...ich weiß jetzt schon... ...dass ich das nicht wiederfinde... ...aber egal... ...so... ...wir gehen erstmal wieder nach Hause... ...dann müssen wir jetzt vielleicht noch... ...mal... ...ja... ...ein bisschen was schaffen... ...ähm... ...Kley... ...zack... ...Kleyblöcke draus machen... ...ähm... ...ja... ...da schon mal rein... ...was haben wir noch... ...Kabel... ...Dorit... ...da von... ...Kravel haben wir ein bisschen... ...Erdewärmer haben... ...ähm... ...ja... ...Anderseed vielleicht... ...gut... ...alles klar... ...alles andere sind der Erze... ...so... ...wir brauchen jetzt erstmal... ...ich glaube jetzt mache ich wirklich erstmal... ...ein paar coole Blöcke... ...ja... ...neun... ...kohle Blöcke... ...für hier hinten fertig... ...obwohl wir haben sogar noch 6... ...ja... ...ok... ...da hat er doch eigentlich... ...warum... ...warum hat er da dann vorhin die Probleme... ...ich habe es irgendwie nicht ganz... ...ja gut... ...es kann natürlich auch sein... ...dass es nicht da dran lag... ...sondern dass er einfach... ...vom Server her... ...probleme hatte... ...so... ...die Scharkohle kommt weg... ...da kommen jetzt hier die neuen Blöcke... ...rin... ...und jetzt mache ich nochmal neune fertig... ...dass wir erstmal ein bisschen Holzkohle... ...äh... ...zum einen Holzkohle sparen... ...und zum anderen die Blöcke... ...halten länger... ...so... ...sind wir bei 5... ...6... ...7... ...8... ...9... ...so... ...da hat er dann unten auch wieder neun Blöcke... ...da kann der jetzt... ...also dann müsste es hier erstmal laufen... ...ne Weile... ...so... ...schwups... ...genau... ...der muss nämlich jetzt erstmal wieder was verarbeiten... ...ähm... ...gut... ...weiter geht's im Text... ...wir braucht ein Eisen... ...richtig... ...ähm... ...so... ...dann schmeißen wir hier das... ...das Rinn... ...dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen an der Kurbel drehen... ...ähm... ...ja... ...Kupfer brauchen wir dann nur noch... ...dann müssen wir mal gucken... ...ob das schon alles reicht... ...äi... 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 ...so... ...obwohl... ...wie viele hatte ich denn jetzt... ...zwölf hatte ich noch dort drin... ...ääh... ...jetzt muss ich grad... ...ich muss jetzt grad mal gucken... ...ich hab jetzt hier die... ...gold Nummer zwölf davon... ...wo hab ich denn jetzt... ...hier sind vier Aluminium... ...wo hab ich denn jetzt... ...hier... ...neunzehn davon... ...so... ...so... ...wir nehmen jetzt mal... ...wir gucken jetzt mal das vor... ...so... ...so... ...dass das natürlich doof... ...läuft... ...dass das nicht funktioniert... ...find ich ein bisschen doof... ...und ich weiß so nicht... ...warum der jetzt... ...dann war das aber ein Lag... ...dann war das ein Server-Lag vorhin... ...weil... ...energie hat er... ...neine Ahnung war da heute... ...irgendwie... ...mh... ...seriously... ...also wir werden auf jeden Fall... ...eventuell... ...nicht drum herum kommen... ...den... ...das... ...gebäude noch ein bisschen zu erweitern... ...also den Raum hier... ...weil die... ...der Crusher schwirrt... ...größer... ...oder muss ich den... ...ja... ...irgendwie das geht... ...aber ich hab noch nicht ganz rausgefunden... ...wie... ...oder braucht man so ein Förderband... ...womit das dann dort reinläuft... ...könnte natürlich auch möglich... ...sein... ...ach ja... ...wenn jetzt guckt... ...an jetzt funktioniert es nämlich wieder... ...oh jetzt... ...hä... ...ja... ...jetzt hat er seine Probleme... ...er hat doch auch... ...das kommt wieder nicht genug Energie ein... ...oh alter... ...ist doch nicht euer Ernst... ...gum... ...mach nicht so einen Blödsinn... ...weil bis gerade ging es... ...jetzt hat er... ...das ist Wahnsinn... ...was das Ding an Energie verbrauchen tut... ...nur um die... ...Dinger zu pressen... ...naja gut... ...dann... ...müssen wir eben... ...mal noch paar Minuten warten... ...das ist halt so... ...wir haben wir schon 38... ...so... ...jetzt brauchen wir... ...oh Gott... ...wir brauchen erst mal neun von denen... ...äh... ...warte mal... ...ach so... ...ich kann ja jetzt nicht weglaufen... ...ne... ...dass die Kate mir ja dann hier... ...man das ist bescheuert... ...dass diese Platten so ewig brauchen... ...und dann hat er das... ...äh... ...warte mal... ...ach so... ...ich hab das an das Eisen noch dabei... ...sonst... ...ich gesagt... ...so... ...warte mal... ...ich pack jetzt mal das Eisen hier oben rein... ...genau... ...nehmen wir mal die vier... ...Dinger kurz raus... ...weil wie ihr seht das... ...ja... ...das ist ein Energieproblem... ...aber das... ...ja... ...ich denke das werde ich wohl doch... ...dann mal... ...in der Zwischenseite... ...wir werden doch mit Wasserrädern anfangen... ...ich hoffe mal... ...dass die dann auch die Energie bringen... ...die ich mir erwünsche... ...so... ...ach weil der wohl 6 RF... ...reinbringt... ...deswegen... ...deswegen braucht der dann auch so ewig... ...der braucht Kilo IF... ...ach du Heide gebrauchtest dem viel... ...jetzt... ...ist mir das klar... ...warum der so... ...fertig ist... ...ja ok... ...naja gut... ...es funktioniert ja wenigstens... ...sag ich mal... ...das ist der Hauptsache... ...so... ...und wenn er dann wieder genug hat... ...packen wir mal die 4 noch wieder drauf... ...aufs Band... ...es sind ja leider... ...es sind ja... ...blos gut... ...nur noch 4... ...komm... ...die wirst doch schaffen 3... ...ja... ...der hat ganz schön ein... ...alter... ...ernsthaft... ...das ist Wahnsinn... ...also merken... ...der... ...mhm... ...die Presse braucht doch... ...mehr Strom als ich echt gedacht habe... ...alter Falter... ...na gut... ...ja komm... ...das letzte... ...loch... ...das schaffst du... ...mein Junge... ...dann hast du erstmal Ruhe vor mir... ...für ne Weile... ...also... ...ja... ...was heißt für ne Weile... ...bisschen... ...sass ich mal gucken... ...ah die Decke muss noch gemacht werden... ...wie gesagt ist alles bloß... ...noch nicht fertig... ...so... ... jetzt ist die letzte Platte fertig... ...jetzt kann der erstmal wieder Energie kriegen... ...ja... ...gut... ...der zieht doch ganz schön ordentlich durch... ...hätte ich nicht gedacht... ...so... ...gut... ...haben wir das... ...jetzt brauchen wir... ...Holz... ...wir brauchen ne Kiste... ...nein... ...wir brauchen... ...neun davon... ...dammit... ...also noch acht... ...so... ...das sind schon mal fünf... ...das sind wir bei sechs... ...so... ...brauchen wir noch zwei... ...nee drei... ...da da da... ...zap... ...haben wir die Chests... ...so... ...die wiederum... ...brauchen wir jetzt... ...als... ...mit Holz... ...oh Gott... ...neunmal... ...acht du heilige... ...ja... ...das wird... ...wow... ...halter... ...das ist... ...ron... ...ah... ...sieben... ...mh... 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 ...das restliche Holz... ...gibts nicht mehr... ...ne... ...das hab ich alles... ...verballert... ...mh... ...ist... ...ok... ...ich geh mal ganz kurz Holzfarm... ...ich geh mal Holz hacken... ...und die Skin... ...h... ...scheiß... ...verdammt... ...das ist so viel geschluckt... ...das hätte ich ja nun... ...im... ...im Leben real nicht gedacht... ...das ist echt... ...abartig... ...es wird Zeit für ne Baumfarm... ...aber soweit sind wir ja leider... ...in Quests noch nicht... ...deswegen... ...ja... ...mh... ...borten jetzt halt eben noch ein bisschen... ...so ne... ...dann müssen wir hier mal noch ein bisschen Holz hacken... ...so... ...das war die... ...letzten zwei Chests noch mal ein Kind... ...Schäfchen, hallo... ...dan reicht... ... coloured jetzt mal... ... erstmal... ...ich wusste gar nicht was uns da noch fehlt... ...ich glaube dann hätten wir alles... Boah, ich hoffe es, weil ich möchte es jetzt noch in der Folge schaffen, dass wir die Presse wenigstens, äh, Quatsch, dass wir den Crusher wenigstens die Teile haben, aufbauen, werde ich ihn dann wahrscheinlich offscreen, ähm, da ich erstmal gucken muss, wie groß das Ding ist, wie, wo stelle ich ihn dann wirklich hin, dass er uns nicht im Weg steht und dass er so, naja, vom Platz her gut aussieht. Ah, guck mal mal. So, wo hab ich denn die Chests? Ach, die sind hier drin, ne? Ja. Gut. Da haben wir neun davon. So, jetzt brauchen wir Kupfer, ne? Genau, jetzt brauchen wir wieder Kupfer. Ähm, die neun Chests und da brauchen wir jetzt Kupfer. Mal gucken, ob die für zwei ist neu. Ja. Jetzt war mir klar, uns fehlen vier, vier Kupfer. Also viermal für das ganze Kupfer. Ja, moin. Das heißt, wir werden wieder eine Kurbel drehen dürfen. So, da werde ich mal das kurz rausnehmen, das Eisen. Die neun, den eben kurbel ich mal schnell noch durch. So. Das heißt, wir brauchen was für vier? Das heißt, 36 Kupfer brauchen wir jetzt noch. Habe ich Kupfer? Ja. Habe ich dabei. Ja, dann. Dann drehen wir mal eine Kurbel, dass wir noch 36 Kupfer kriegen. Dann haben wir das wenigstens. Ha. Weil, wenn wir mal den Crusher haben und ein bisschen bessere Energie, dann, hm, kommen wir unserem Ziel doch, dann wird's schon ein bisschen besser, weil dann kann man das Teil vergessen. Dann bleibt das hier in der Ecke stehen, weil das Ding nutze ich dann nicht mehr. Sieben. Wahnsinn. Das dreht sich ja wie so eine alte Arme. Ach so, da kann man den erstmal grad. Nebenbei, die Batterie füllen lassen. So. 36. Na, halleluja. Da, 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 da. 15. Wow. Hallala. Wir haben's ja fast. Beton liegt auch fast. Ähm. Hm. Fast. Na ja. Da, da, da. Krienen. Versteht kann man's. Was hat es gemacht? Ja. Da, 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 da. Schulz. achso 36 brauche ich dich ne gut fehlt also noch ein bisschen mehr naja gut kurbeln wir noch ein bisschen an der kurbel bau noch sechs dann haben wir uns Moment, da wird uns die Kohle absolut nicht reichen, von unten und hinten nicht. Das ist krass. Außer natürlich das mit den Wasserrädern würde funktionieren. Jetzt haben wir wenigstens die. Machen wir jetzt mal grad und die Kohle wird nicht reichen, das heißt... Ach ja, stimmt ja, hier nimmt er ja keine Blöcke. Boah, so ein Weichei. Ja. Stimmt, da nimmt er ja keine Blöcke an. So, jetzt kann ich grad mal bei Bauxite gucken. Äh... Bauxite... Ja, Void-Or-Manner, ja nie ist klar. Weil ich mit dem Void-Or-Manner auch viel schaffe. Ähm... Im Industrial Grinder kommt dann Aluminium raus, aber... Der Industrial Grinder, ja genau, braucht... Ja, ein Haufen Scheiß, also können wir uns den schon mal sparen. Der Grinder an sich gibt bloß das draus. Aber man kommt nicht an... Ja, hier, der Pulverizer, den es nicht gibt. Ähm... Okay, im Crusher kriegt man ob es Bauxite aus. Schade. Ich hatte gedacht, man kriegt hier noch, ähm... Aluminium raus, aber irgendwie wohl doch nicht. Das ist doof. So, haben wir zwei weitere. Da fehlen jetzt noch zwei... Äh... Okay, schade. Ich hatte... Weil... Ich hatte es in Erinnerung, dass das mal so ging. Oder haben die da was geändert? Warte mal... Aluminium. Das geht so... Das ist bloß mit Aluminium. Äh... Okay. Im Crusher kriegt man zwei raus, ja, ja. Im Arc-Furnace kriegt man auch zwei raus, ja, ja. Im Arc-Furnace kriegt man auch zwei raus, ja, ja. Okay. Geschmolzen kriegt man nur ein Ingetrauen, das ist klar, weil es nicht vervielfältigt wird. Der Grinder können wir nicht bauen. Den Industrial Grinder kriegen wir nicht hin. Äh... Redstone-Furnace, den gibt es nicht. Äh... Was? Flax... Ah, nur die Sires. Achtung. Okay, der wird nicht angezeigt, da kommt mir ein Redstone-Furnace. Okay. 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 Okay.